Moin Leute, herzlich willkommen zu ner kleinen Runde von Minecraft Badwars und pfff Leute, heute ist irgendwie, heute ist irgendwas anders. Ich glaube, Paluten GHG ist am Start. Warum läufst du so zickzack? Ich hab mir nämlich den Badline-Client runtergeladen. Ich hatte nämlich, äh, massive Probleme mit meinem Minecraft. Ihr habt es vielleicht auch in den letzten Badwars-Videos gemerkt, ich hatte immer so Mikroruckler da drin. Ich hatte so 200 FPS durchgängig und alle 15 Sekunden, bam, wie aus dem Nichts, ähm, runter, der Drop auf 15 FPS. GLP und ich haben versucht, das Problem zu lokalisieren. Nichts hat geholfen, nicht irgendwie mehr Rahmen, Optifine, bla bla bla. Dann hab ich auf Twitter gefragt und einer meinte, yo, lad dir einfach den Badline-Client runter. Ich kannte den eigentlich nur von so, äh, krassen PvP-Leuten. Hab's einfach gemacht und die Ruckler sind weg, Leute. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich hab mir das Ding gestern installiert und heute werden wir eine kleine Runde spielen. Ich hab leider auch noch keinen Texture-Pack. Wir werden jetzt einfach mal gucken, ob das, ob das läuft. Und da sind wir. Hoffentlich ohne irgendwelche Ruckler, wie gesagt, keinen Texture-Pack am Start. Wir werden hier einfach mal eine kleine Runde Solo-Badwars spielen. Äh, falls ihr noch ein paar Tipps und Tricks habt, ich bin nämlich wieder komplett raus. Ähm, dadurch, dass ich jetzt so lange nicht weiterzocken konnte, weil ich wollte halt keine Aufnahmen machen, wo es so ruggelt. Ja, moin. Ich bin da schon wieder, was Badwars angeht, komplett raus. Kade ist scheinbar hier Inka. Ja, ich bin bereit für die Inkas, Alter. Schön locker-flogig hier. Oh, das sieht doch richtig gut aus. Äh, Paluden? Ja. Ja, der bin ich. True-True-Kadu? Ne, das bin ich nicht. Ich bin Paluden-GHG. Was ist denn da los? Leute, ihr wisst doch Bescheid. Ähm, okay. An wen gehen wir jetzt hier ran? Ich gucke mal, dass wir hier so ein bisschen hingehen. Scheint so, als würden die Leute mich kennen. Das ist kein, kein gutes Zeichen. Für Paluden-GHG. Könnten sie nämlich sonst, äh, ein bisschen drauf haben. Das wäre natürlich was. Ja, das wäre ein bisschen, ein bisschen suboptimal. Sag mal, äh, okay. Könnten sie mal aufhören, diesen zu machen? Team Pink? Ne, ne, ne. Du machst jetzt, du gehst jetzt mal schön zurück, Alter. So. So, ich verkrack eiern? Hä? Warum hat er keinen Knockback? True-Kadu? Warum gibt's hier keinen Knockback? Habe ich hier irgendwas verpasst, Kollege? Okay, er hat, er hat einfach, er hat einfach keinen Knockback. Ne, der hat, der hat keinen, jo. Junge. Willst du mich verkack eiern? Sag mal, willst du mich? Gut, äh, neue Runde, neues Glück, würde ich mal sagen. Hä? Junge, warum habe ich so ein Ding? Ich habe auch so ein komisches Cape. Ich habe mir das nicht gekauft. Habe ich, habe ich wirklich nicht. Tropische Insel. Hier, wunderbar. Ja, alles klar. So, jetzt hoffen wir mal, dass vielleicht jetzt mal kein Hacker am Start ist. Mini Paluten, was sagst du denn? Ohne Hex hättest du den Ball rasiert. Ja, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Äh, dann gucken wir doch jetzt mal. Das ist vielleicht jetzt mal ein bisschen, bisschen anders. Warum habe ich so ein, so ein Feng Shui-Ding oder so? Ne, Yin-Yang ist das, glaube ich. So, äh, grün. Grün sieht, glaube ich, ganz gut aus. Obwohl, warte mal, ich. Na doch, komm. Wir gehen einmal zu grün. Dann werden wir, glaube ich, auch mal so ein bisschen sehen. Vielleicht ist auch einfach mein Ping nur Grütze. Oh, ich sollte mir vielleicht eine Schere holen, damit ich da jetzt gleich keine so großen Probleme habe. Weil der wird mich auch gleich, der wird mich gleich sehen. Ja, warte mal. Bam, einmal. Okay. Habe ich, wie, brauche ich, wie, brauche ich, was brauche ich denn jetzt für eine Schere? Wie gesagt, Leute, ich bin wieder ein bisschen, 20 Eisen, ah, alles klar. Äh, ein bisschen raus, was das Ganze angeht. Aber, wenn ihr Bock habt, auf Paluten-GAG mit seinem neuen Bad, 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 Bad. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Mit seinem Bad-Line-Client. Dann, äh, gönnt den Like mal rein. Ich verspreche euch hier geile PvP-Action. Oh, da kommt er. Oh, da guckt euch das an. Guckt euch das an. Sag mal, was hält der denn alles aus? So, rein da jetzt. Bam. So, jetzt muss ich kurz mal rengen. Oh, scheiße. Der kommt da jetzt schon wieder. Mach mal nicht diesen. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, low ground. Low ground. Oh, da kommen die Kombos. Oh, boy. Oh, sag mal, wer bist du denn jetzt da hinten? Ah, scheiße. Der will, der will Beef. Ah, ja, 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 ja. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass Paletto GHG hier natürlich jetzt ein bisschen, äh, zeitbar sein. Ich verspreche euch hier geile PvP-Action. Ah, Leute, Leute, Leute. Ah, ich sag's euch. Hier wird euch feinste Premium-Unterhaltung. Ich muss es fern. Ich muss es direkt noch für die Gegner. Paletto, willst du, bist du dir sicher, dass du das so hochladen willst? Bist du dir wirklich sicher? Ja. Ja, ist kein Problem. Ganz ehrlich. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich mach Fehler im Leben. Ganz ehrlich. Ich bin hier auch nicht der absolute PvP-König. Aber ich möchte jetzt hier vielleicht auch zukünftig mal wieder ein bisschen besser werden. Euch auch zeigen, dass ich doch nicht so schlecht bin. Scheiße, den werde ich wahrscheinlich nicht holen können, ne? Der wird aufpassen. Wohl, warte, warte, warte. Hello there. Scheiße. Warte, 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 warte. Ich erwische ihn hier. Oh ja, low ground, low ground. Runter, 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 runter mit dir. Nein! Oh, ich hatte die fast unten. Das wird jetzt eine ganz haarige Sache, weil die ist jetzt gallig. Die ist gallig. Die hat jetzt gesehen, oh, Paletto GHG. Ich muss jetzt hier aufpassen. Aber ich gehe natürlich full on in die Offensive. Und gönne mir einfach ihr Bett. Paletto GHG. Jetzt wird hier. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ja, okay, alles klar. Egal, Mann. Junge, ich baller jetzt direkt wieder rein. Oh, go, go. Also, da muss ich jetzt. Wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt von der anderen Seite nicht angreifbar sind. Aber die kann doch nicht wieder voller... So mal. So, was soll das denn jetzt hier? Oh ja, oh ja. Jetzt kurz mal hier hin. und bang. Da gehe ich jetzt mal so ein bisschen auf Einkaufstour. Uh, Alter, aber geht schon, geht schon ein bisschen besser jetzt gerade. Kann man ja nicht anders sagen. Jetzt hier nochmal einen kleinen Dia. Jetzt komme ich natürlich nicht wieder zurück, würde man meinen, aber euch auch zeigen, dass ich doch nicht so schlecht bin. Ey, warte mal. Leute, ich möchte kurz sagen, es tut mir leid, so kacke bin ich nun wieder auch nicht, Leute. Ich will euch wirklich gutes Gameplay liefern. Ich bin, ja, ich kann, ich habe nicht mal eine Ausrede. Es tut mir einfach leid, Leute. Ich streng mich jetzt an. Ihr wisst das, ey. Ich habe das auch nicht mit Absicht gemacht. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade los war. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen gucken, uns hier, genau, die Diamanten sollten wir jetzt mal gleich nutzen, um ein bisschen aufzurüsten, weil sonst werden wir hier gegen die ganz krassen, ähm, gar keinen Stich haben. Wir brauchen auch definitiv mehr Dias. Vor allen Dingen, ich will jetzt hier großartig irgendwas einläuten, weißt du, oh, jetzt kommt Paletto GHG, Junge. Und der kann nix. Weiß nicht, ich bin manchmal so ein bisschen, ja, ist alles so im Kopf nicht so einfach. So, jetzt gucken wir mal hier. Hier müsste es doch jetzt Emeralds geben, oder nicht? Ist das hier? Hier ist irgendwas. Spawn, oh ja. Ah, die sind hier an den Seiten. Oh, da hinten wird sich schon ein bisschen gebattelt. Ähm, 19 Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Emeralds ich brauche. Vor allen Dingen brauche ich vermutlich erst mal eher Dias anstatt Emeralds. Ich muss hier unbedingt auf den blauen aufpassen. Oh, da oben sind auch noch Spawner. Hier ist auch noch mal ein bisschen was. Ah, ich glaube, ich muss jetzt endlich mal weg. Gibt es hier unten Wasser? Ja, easy. 360. Ach, Leute. Man darf sich auch manchmal, darf man sich im Leben auch einfach nicht selbst zu wichtig nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Über sich selbst lachen ist eine Sache. Die habe ich im Laufe meines Lebens oft gelernt. Weiß nicht. Es ist meiner Meinung nach auch keine, keine sonderlich sympathische Eigenschaft, wenn man sich selbst zu wichtig nimmt. Weil, äh, so, Emeralds. Rüstung. Ja, sechs Zmaragde. Bam, Alter. Jetzt brauche ich noch ein paar, paar Dias. Oh, vor allen Dingen brauche ich hier für, äh, bessere Waffel. Bessere Waffel kostet vier Dias. Okay. Die holen wir uns jetzt. Kommt da irgendjemand zu uns? Nee, sieht noch ganz nice aus. Dann gucken wir jetzt mal, weil hier müssten auf jeden Fall genügend Dias mittlerweile gespawnt sein. Bam, sechs Stück. Nice one. Huuuuh. Jetzt hier, bam. Geschärfte Schwerter, vier Diamanten. Ja, mach ich. Dann sollten wir uns hier, boah, ich bin schon wieder echt nervös, Gold. Hier mit Bogen. Eisenschwert. Wird sich auch nochmal reingegönnt. Äh, dann brauchen wir auf jeden Fall noch hier so eine Spitzhacke. Jawohl, wunderbar. Hier, drei, fünf, sechs. So. Oh, oh, da kommt er. Oh, oh, oh. Wer, wer bist du denn? Was ist er? Will er beef? Oh, scheiße, der ist bestimmt gut. Oh, was war das denn? Sag mal, was? Oh, was? Hallo? Mach mal, nicht diesen, Alter. Oh, jetzt. Scheiße, ich bin down gegangen. Oh, Mist, Mist, Mist. Wir müssen ihn sofort verfolgen. Wir müssen sofort wieder rander, weil der kann nicht mehr so viel... Alter, wie der mich da halb weggeballert hat. So, rander. Weil der Blaue, der könnte jetzt zur Gefahr werden. Ah, der Blaue ist auch der Letzte, der noch lebt, oder was? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wie konnte... Wie hat er mich denn... Oh, let's go. Alter Schwede, das war knapp. Oh, ich bekomme seine Emeralds. Oh, Junge. Okay, 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 okay. Okay, let's go. So, was kann ich mir denn jetzt noch für die freaking Emeralds kaufen? Das natürlich, da brauche ich jetzt Infos von euch, Leute, was ich normalerweise damit machen sollte. Ich kann mir jetzt nochmal ein Eisenschwert holen. Das werde ich auch machen, aber ich brauche jetzt halt... Ja, Rüstung, ich habe schon. Trank der Unsichtbarkeit. Oh, Junge, Brudi. Ja, egal, ich muss jetzt, ich muss jetzt einfach was tun. Wenn der Blaue jetzt hier gleich kommt, ich gönne mir dann gleich mal Unsichtbarkeit. Baut er da hinten? Ah ja, er ist hier vorne. Er ist hier vorne. Scheiße, er kommt jetzt. Ah, Mist, 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 Mist. Er hat jetzt bestimmt irgend... Sag mal. Jawohl. Uh, und er ist weg. Und er ist weg. Ich brauche Blöcke. Scheiße. Ich muss jetzt halt mit der Unsichtbarkeit, gehe ich da vielleicht ran. Wie lange bin ich denn? 30 Sekunden. Okay, er wird da gleich wiederkommen. Okay, das dürfte er nicht gesehen haben. Bam. Er kommt jetzt gleich. Irgendwo hier ist er. Ah, Mist. Okay, wir müssen sofort wieder drauf. Mist, 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 Mist. Sieben Gold. Steinschwert nehme ich. Wir müssen da sofort wieder drauf, weil sonst haben wir jetzt hier gleich ein großes Problem. Okay, komm, 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 komm. Er ist noch in seiner Base. Vielleicht können wir ihn überraschen. Alter, der hat teilweise eine Range. Da muss doch jetzt die Kombo. Verdammt. Direkt wieder drauf. Weil er kann doch nicht so schnell regenerieren, oder nicht? Also du brauchst, du bist doch erst mal ein bisschen angeschlagen. Oder springt er dann einfach runter und gönnt sich die Regeneration. Wow. Scheiße. Das habe ich nicht bedacht. Ach so, er isst irgendwas. Oh nein. Jetzt rennt er da durch. Ich weiß nicht, ob ich runter springen sollte, weil dann bin ich ja auf jeden Fall in meiner Base. Mist, ey. Ich kriege ihn einfach nicht down. Oh, das war die Kombo. Bam. Ich habe ihn. Let's go. Jawohl. Paletto GHG hat rasiert. Oh Mann. Leute, 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 Leute. Was ist los? Leute, wenn ihr Bock habt auf weitere Paluten GHG Badwars-Runden, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung. Mini Paluten ist wieder vorbestellbar, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, let's go. War nice. Hat Spaß gemacht. Also geiles Ding. Hier ist jetzt auch noch der Team Paluten-Kanal. Dies das Ananas. Danke, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.